Wie schön. Ja, Reitstunde ist zu Ende. Meine Tochter war zum ersten Mal jetzt am Traben. So bin ich ein ganz stolzer Papa. Und jetzt suchen wir gerade den Wasserfall. Okay, ich kann mal etwas weiter runter zu gehen. Bitte, Paps. Danke schön. Jetzt gehen wir einen Pfad hier runter. Dann hört das Wasser schon. Oh ja. Pfahl. So, jetzt haben wir erstmal hier den Privatwasserfall entdeckt. Hier können wir uns gleich ein bisschen abfüllen. Und dann... Na... Und dann da geht es dann jetzt gleich... Und wir gehen weiter. Echt nettes Plätzchen. Stellt euch mal hier so eine kleine Party vor. Mit netten Leuten. Mit netten Sachen, die man dabei hat. Wäre schön, oder? Wäre schön, oder? Wäre keine. Also, bis dann. Ist das herrlich. Ich habe letztens noch gesagt, man müsste hier mal wieder irgendwo nackt schwimmen gehen. Aber wo kann man das schon? Ohne das dann irgendwo... Sagen wir mal... Nächsten Tag rein in der Zeitung steht. Aber hier, bei diesem privaten Wasserfall, es ist kein Mensch. Außer natürlich meine Tochter, die gerade so ein bisschen Gas gibt. Also, sehr, sehr schön. Kann ich weiterempfehlen. Wäre bestimmt auch geil hier eine Party zu machen. Das denke ich jedenfalls. Wäre bestimmt auch geil hier eine Party zu machen.